Okay, wir sind zurück in Los Santos und ihr seht gerade mein Taxi davon fahren. Ich habe mir ein Taxi geleistet, um zu dieser Freak-Mission zu gelangen. Die will ich noch vor der Hauptmission machen. Wer weiß, ob sie dann noch verfügbar ist. Sieht interessant aus. Suche die Wahrheit. Ich glaube, das hat was mit den... Ah ja! Das erinnert mich an Namaste. Kiflom war ungenauertes Eiwerk. Kiflom. Was nennt ihr Kiflom? Das ist Arschflom. Hey, die entführen mich hoffentlich nicht zu den Altruisten. Ich brauche meine Leber noch. Für Jack Daniels. Ah, bei diesen Satellitenschüsseln. Ich habe mich schon gefragt, wofür die gut sind. Die funken zu den Außerirdischen. Die haben mich ausgezogen. Bis aufs Hemd. Ich glaube, das war der erste Test. Ob ich rein bin. Im Geiste und in der Unterhose. Suche die Wahrheit, ja. Ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit jetzt hier gefunden habe. Oh, er ist noch ganz perdu. Schau mal. Oh Gott, ich glaube, sie haben ihn wild hergenommen, während er ohnmächtig war. Dreimal in den Anus. Mit der Gummifaust. Was macht man nicht alles für Kiflom? Und da ist das Gefängnis. Schau mal. Könnte ich auch einbrechen. Bitte besuchen Sie unsere Webseite. Marnie. Oh Gott, Marnie. Von Hitchcock. Ich glaube, wir besuchen die Webseite gleich. Vielleicht geht es dann schon weiter. Gib uns 500 Dollar. Bin wenigstens nicht bescheiden. Obwohl. 500 Dollar. Ich könnte Ihnen gleich 5000 geben. Ich habe da eine Million. Muss ich aufpassen. Okay, danke für eure Spende. Das war's. Wieso haben Sie mir wenigstens was zum Anziehen gelassen? Das hätte meine Spendenlaune ein bisschen erhöht. Aber sie haben mir mein Mobiltelefon gelassen. Ja, mussten sie auch. Sonst hätte ich nichts überweisen können. Das ist sehr vorausschauend von denen. Oh, das ist die Todeszelle da drüben. Könnte mal Hallo sagen. Mal den Brüdern auf Death Row zuwinken. Ja, ich glaube, das dauert ein wenig, bis die nächste Kiflom-Mission verfügbar wird. Das heißt, wir fahren zurück zum großen Ding. Das habe ich eigentlich immer bei mir. Das große Ding. Da müssen wir nicht hinfahren. Aber es ist so groß, dass wir sogar ein Taxi brauchen. Wieder mal. Er hätte eigentlich gleich da bleiben können. Er hätte dem roten Wagen nachfahren können. Das sagt sie. Nicht ein Problem. Ein Fahrzeug ist auf der Weg. Great. Wo er mich hier findet, ist fraglich. Ich gehe mal auf die Hauptstraße. Sicher, sicher. Oh, die Füße. Schau. Oh, ich habe mir ein paar Steine eingetreten. Das gibt extreme Hornhaut. An den Fersen. Wo ist das beschissene Taxi? Ich höre an was. Also, eigentlich müsste es hier kommen, ne? Das ist die Hauptstraße. Das ist da oben noch eine Hauptdigger. Da, da oben ist die Haupthauptstraße. Das ist noch mehr Haupt. Aber es ist aber auch kein Taxi. Ich glaube, an diesen Hauptstraßen sind die Taxis verpackt. Es ist mir noch nie gelungen, eins zu ordern. Die Auflösung ist so schlecht, man sieht die Autos kaum. Man sieht gerade halt so, dass es Autos sind. Aber mehr schon nicht. Ja, das wird nichts mit dem Taxi. Wirklich. Wir müssen entweder ein Auto kidnappen. Oh, ist das ein Taxi? Nein, auch nicht. Ich rufe mal. Ich stelle mich hier in die Mitte und rufe noch eins. Da! Ne, das ist auch eins. In ein paar Minuten. Ich erinnere mich. Schnell! Wenn er das Telefon in der Hand hält, kann man nicht laufen. Das muss man sich vor Augen halten, wenn man auf der Straße spazieren geht. Also, das ist aber jetzt ein Taxi. Bleib stehen! Au! Wow, wow! Das war ein gefährlicher Ausflug heute zu diesem roten Auto. Fahrschau'n! Würde mir nicht die ganze Fahrt ansehen. hoffentlich kommt die nächste Mission bald von diesen Brüdern. Sieht ganz nett aus. Anders wie die anderen Missionen. Nicht immer. Schieß alles über den Haufen, Missionen. Boah, wir sind da. Scheich. Darf ich mich hier irgendwo umziehen? Ich hätte vorher nach Hause fahren sollen und mich umziehen. Jetzt muss ich die ganze Mission wahrscheinlich in diesen Unterhosen machen. Wie peinlich ist das? Ich meine, hier im Puff macht's nix aus. Ah, okay. Er hat bereits. Kein Wort für mich. Das große Ding! Es geht los. Aha, das ist die Hackerin. Na, da bin ich gespannt. Will gar jemals Gold sehen. Ergreift dich nochmal in den Schritt. Heiwerk rechnen. Und los geht's. Hoffentlich krieg ich alles schön. Äh, angesagt, was zu tun. Oh, das fängt schon gut an. Der Wegbrun kann sich nicht entscheiden, wo ich hin soll. So, ich will auch was hören, bitte. Wow, der längst sich scheiße. Das ist dasngotisch, Mann. Ich war auf irgendwelche Kürze von der Zeit. You're setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. The big one? Im Tunnel? was jetzt ich muss gestehen ich habe vergessen worum es geht ich meine ich weiß worum es geht aber wie es genau abläuft okay wir müssen okay wir müssen diese trucks kidnappen brauchen wir beide trucks wahrscheinlich ich auch die steigen freiwillig aus ich dachte die sind gepanzert was jetzt erschießen oder ja ja wir reifen wechseln müssen wir auch ist gar das hätte ich fast vergessen die poppe von nude in alien hieß casey mein gedächtnis ist gut in diesen dingen aber nur in diesen dingen leider 40 noch beschissen als er schwarze genau dann ist der schuss da rein okay geh aus dem weg blöde kamera onion zwiebelringe immer wieder lustig was das rübergreifen habe ich deine achselhöhlen genossen gruppe 6 das steht auf deutsch ist das übersetzt oder war das ist das immer so heißt das auch in der amerikanischen version so wahrscheinlich schon obwohl manche bildschirmdexys haben sie schon übersetzt was ich war autorisation log 17 heißt meine autorisation wir sind die gruppe 6 mit x und die aufnahme prüfung bestanden haben union depository jetzt werden wir ein schönes deposit machen wir am klo ein riesenhaufen Und das Gold werden wir mitnehmen. Den Haufen dalassen. Das ist eine bessere Mission. Gefällt mir soweit. Nicht so hektisch. Und das ist ihm nicht aufgefallen. Das Tattoo, Cut, hier. Eindliches Schweigen. Genau. Collection Team. Kann man das nennen? Hatte einen Haltungsschaden. Hatte einen Rundrücken. Keine Agent. Oh, den Abend. Was nützt die beste Tür? Wenn Sie sie freiwillig aufmachen. Absolut. Oh Gott. Trevor kriegt gleich einen Anfall. Die Vorfreude. Er hat Schaum vor dem Mund beim Anblick dieses Goldhaufens. Ich hoffe, er kollabiert nicht. Mitten der Barren. Ich stelle mich dahinter und schiebe. Das ist wie zu Hause. Was? 7. 2.000? Wow, der Trevor kann ja richtig rechnen. Das hätte ich jetzt nicht so schnell im Kopf. Ja, wenn es ums Gold geht. Da ist er hellwach. Oh Gott, mir wird schon eins, ein Bahn reichen. Verdammt nochmal. Das letzte Mal. Er ist retiring. Er hat andere Möglichkeiten. Wieso haben sie den nicht in der Special Edition einen dazugegeben? Er hat immerhin 80 Euro oder so gekostet. Da wäre es sich schon ein Bahn ausgegangen. Das Collectors Item. Mach jetzt nur nicht schlapp, Trevor. Denk an das Gold, bevor dein Hexenschuss dich erheilt. Bäh, Wind bekommen. Ja, ich gehe gerade hinter dir. All on board. Carry under surveillance. Was hilft's? Hey, ich fühle mich nicht so gut. Und ich dachte, vielleicht könnte ich einfach... Hey, komm mal, Casey, schlapp es ab. Wenn du nicht den Hexenschuss verhalten kannst, mach dich nicht zu überindultern. Das ist richtig. Dieser Mann hier wird dir etwas über meine Reaktion teilen. Stärkenden... Ah, das bin ja ich. Bin ich, Brett. Ah, okay. Das ist jetzt auffällig. Sorry. Das ist jetzt sehr auffällig. Was ich meinen Transporter nicht auf Anhieb gefunden habe. Normalerweise wären wir jetzt aufgeflogen. Aber das Personal hier ist nicht das Hellste. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn ich den da überfahre. Kontroll, wir haben das Metall. Was ist deine Situation? Nicht gut, Mann. Merriweather hat die UD. Sie sind da da, zu schauen. Was? Hast du eine Lösung für dieses Problem? Wir haben es in die Trafikligistin. Was? Merriweather hat was? Ich muss zum Michael wechseln. Muss ich oder darf ich? Was soll ich? Ich hoffe, du hast eine Lösung für dieses Problem. Ja, Mann, wir haben ihn. Ich will eigentlich nicht. Okay, die Links sind aktiv. Jetzt kannst du die Trafikligistin. Ich will beim Gold bleiben. Let's go. Good luck. Hey, wir haben ihn. Kirsch. Das ist kein Apple, das ist ein Kirsch. Nein, nicht sowas. Nein, ein Minispiel. Äh. Wie soll ich das machen? Die Pfeile... Was? Die stehen für Michael and Trevor. Ich habe dir eine klinische Connection. Ich habe dir eine klinische Connection. Ich schalte mich, wenn du dich auf die Runde schaltest. Wir haben eine rote Licht hier. Kannst du dir etwas über das tun? Okay. Da gab es mal ein Spiel vom T-64. Das hieß, glaube ich, eh, Traffic. Einfach nur. Das war nicht schlecht. Das war besser als das, aber gut. Okay. Denen müssen wir rot geben, ne? Das ist klar. Hey, mach eine lefte, an der Junktion. Okay. Okay. Nee, nee, der schalt mal rot. Und die schalt mal rot. Jetzt, geh direkt an diese Runde. Dieser sieht gut. Okay. Jawohl. Okay, fang straight. Yes. Das Licht ist grün. Die fang gerade aus. Nein, da wartet einer. Wir haben ein grünes Licht. Shit, du bist über diese Füllen. Okay, schau, du gehst direkt an diese. Oh Mann, der Südseite ist schwer. Der kommt an dich. Was? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Wieso haben sie sich aufgespürt? Hä? Die hatten doch rot. Äh... 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 Wieso? Okay, probier's noch mal. Wir machen so. So, ach so, die Fahnen. Ich dachte, ich habe auf die gehört, wo sie hinfahren wollen. So. Nein, wieso? Nein, wieso? Ach so, jetzt... Ich hätte... Ich verstehe, jetzt... Ich muss sie durchlassen. Ich muss sie durchlassen. Und die auch durchlassen. Okay. Kringen sie da. Jawohl. Jawohl. Und dann kriegen die da grün. Da kriegen sie rot. Jawohl. Hey, they coming from the south. Aber welche hat. Und die kriegen auch rot. Das ist ja wurscht. Wir sind ja schon da. Okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Nein, nein. Nicht so. Okay. Haben wir's jetzt? Das war wirklich nicht schwer. Ich dachte... Die sehen das nicht, aber das war auf einer Kreuzung. Okay. Ich musste sie vorbeilassen. Ich muss sie vorbeilassen. Ich muss sie vorbeilassen. Und hier sind sie. Hey, gute Arbeit, Kaff. Damn, ich kann nicht glauben, dass wir das Meta bekommen haben. Damn, richtig. Oh, ohne Feuerwehrmacht. Oh, das geht sich doch nie aus. Oh, das geht sich doch nie aus. Wir haben nur drei Muskelcars. Nein. Nein. Ich bin ja überzeugt. Wow. Eins an Baren ist sicher. Million Dollar. Oh Gott, eine Schießerei. Hoffentlich treffen sie das Gold nicht, dann ist es kontaminiert. Mit Blei. Ich glaube, ich nehme einfach... Ich nehme einfach Cluster. Und jetzt wieder zurück. Und noch einer. Hier. Oh, Backup, Mais. Okay. Das ist ihr Problem, wenn sie vom Westen kommen. Oh, das ist blöd. Sie kommen von allen Seiten. Das ist schwierig, als ich nicht dachte. Was? Michael, in Schwierigkeiten. Kann man gleich haben. Und da auch wieder welche. Trevor hat sich am leichtesten, weil... Nein, nicht da. Und hier spawnen ständig neue. Die sind nervig. Da oben ist ein Sniper, oder was? Kann das sein? Ja, geht's jetzt noch? Mission geht ein Bach runter. Da oben ist hier irgendwo einer. Wieso machen sie es nicht einfach? Wieso machen sie es nicht einfach? Oh, fuck. Ich brauche meine... Ich brauche die Trevor... Spezialfähigkeit. Das ist gar keine offizielle Deckung. Mann, schlägt mich! Schau, ich kann das nicht als Deckung benutzen. Das war idiotisch. Hirnrissig. Da stand doch sein Mülleimer vor mir und ich konnte ihn nicht als Deckung benutzen. Alles von vorn. Was wollen wir wetten? Ja, alles von vorn. Super. Okay, ich würde sagen... Ich spiele das fertig und melde mich dann wieder. Bis gleich. Okay. Ich glaube, wir sind soweit. Das war der letzte. Fürs erste, nehme ich mal an. Es war wieder ein Schmerz im Arsch. Wow, ein bisschen auffälliger noch. Oh, fuck. Jetzt kommt die Verfolgungsjagd mit der Polizei. Meine Lieblingspassage. Oh, das steuert sich. Ich glaube, wir haben 50 Tonnen Gold an Bord. Ich glaube, ich kann auch was verlieren, wenn ich... Oh, schau das Arschgesicht an. Es fängt dann gut an. Aus dem Weg. Mann. Schau, wie sich das steuert. Ich hatte gar keine Möglichkeit zu trainieren. Wow, das ist wie... Wie unter Wasser, stört sich das. Ja, ja, muss der hier umdrehen. Hard right? Ja, genau. Ah. War wir keinen... neben mir sitzen? Nee. Wow. Wer war das? Ah, der Polizeiwagen. Ich dachte schon. Wir haben Gold verloren. Wie sollen wir da ehemals entkommen? Die haben Augen in der Skye. Nicht denken über das. Nur weiter gehen. Wir kommen auf den Tunnel. Das besser funktioniert. Au. Ach ja, da reinfahren. T, du und ich. Wir nehmen den linken. Die anderen zwei. Riebe auf den rechten Truck. Ich kann. Schau. Okay. Das hat mich abgebremst. Das ist eh nicht auffällig. Wenn da zwei riesige... Haha, da zwei riesige Lastwägen da rauskommen plötzlich. Die riechen ja den Braten sofort und... fahren den Lastwagen hinterher normalerweise. Aber gut. Das ist schon normal hier. Haben wir es jetzt geschafft? Das wäre noch vertretbar. Es gab... Es gab schon noch nervigere Missionen, muss ich sagen. Begib dich zu Michaels Haus, okay? Nein. Wo? Geht's denn da raus? Wo ist hier der Ausgang, Mann? Vier Kilometer. Ah, bitte. Und du, buddy? All right. In Leicester. In the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if and it's a big impact, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores. And you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad, because I'm rich. I'm sad, because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Oh, I'm so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Ja, noch haben wir eigentlich noch gar nichts. Wir haben jetzt einen Haufen Goldbahn, die uns im Grunde überhaupt nichts nützen. Wie soll man das Gold zu Geld verwandeln? Kannst du ja nicht alles selber einschmelzen und dann zum Jubiläer gehen und sagen, oh, ich habe hier einen Kilo Gold. Jetzt ist ihnen der Gesprächsstoff ausgegangen. Wie ist denn das möglich? Das ist das erste Mal in GTA 5, dass Stille herrscht. Während der Fahrt. Ich glaube, ich muss den Radio einschalten. Hier wird auch gebaut, fleißig. Oder, nee, da ist ein Erdrutsch gewesen. Das war ein Erdrutsch. Mann, ab dich nicht so. Mal sehen, was jetzt noch schief geht. Irgendwas muss noch schief gehen. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Es ist erst vorbei, wenn ein Driver sinkt. Oh, schade. Das gibt kein kein Gold-Abzeichen. Wahrscheinlich ist wieder eine Voraussetzung gewesen. Irgendwo anzufahren. So, gleich sind wir zu Hause. Bei Trevor. Äh, bei Michael. Bei Trevor zu Hause ist das nicht so angenehm. Hoffentlich findet Jimmy und Amanda das Gold nicht. Die geben das schneller aus, als wir es von der Nationalbank rauben können. Ah, Lester. Wir haben gerade Geschichte gemacht. Ah, ich will nicht eine schuldige Frage hier, aber wo ist das Metall? Eben. Wir haben es in ein paar Tagen für ein paar Tage, während ich warte, um es zu verletzen und es zu verletzen. Wo? Wo? Wie schmelzen wir das ein? So eine riesige Menge, bitte. Let's say, jemand wird gebeten. Well, dann wo ist das Zeugnis? Oder wenn jemand eine verrückte Ideen bekommt, dann wird es nur futile. So, wir können es einfach machen. Knowing, dass es ein paar Tage wird, bevor Judas hier zeigt seine reale Farbe. Really? Jetzt? Ja, jetzt, Sugar. Warum nicht ein Moment, während du das große, schmerzige Pile von Geld wachst, um zu verletzen und zu wissen, was ist getan, ist getan. Was, was du sagst. Das ist ein guter Moment. Das ist es für dich. Fuck, 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 man. Hey, 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 hey. Für ein paar von Midwest-Stick-Up-Artisten, ihr habt wirklich ein paar Wiener West-Koast-Douche-Bags geworden. Was ist denn mit der West-Koast passiert? Oh, nichts. Ich liebe es hier. Jeder ist so nümmelt von der Sonne, dass wenn ihr ein drei-syllable Wort sagt, sie denken, dass ihr Professor ist. Mann, mach dich! Ja, mach dich, ihr High-and-Mighty-Weasel! Und du? Nimm sie nicht mit diesen verdammten Idioten! Hey! Bleib Lester alleine! Oh! Oh, ihr und Lester zusammen? Oh, das macht fucking Sinn! Oh, für fuck's sake, Mann! You all are assholes! Mann, I gotta go calm down, Homie! This shit was real illuminating! Franklin, I'm sorry. Come on back, have a beer or something! Okay. Wir sind noch keinen Schritt weiter. Obwohl, da steht schon das Geld, das wir eingenommen haben. Markex-Anteil, 16 Millionen, okay. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, ich kann gleich einmal in ein paar Immobilien investieren. Wenn es das gewesen ist. Sieht gut aus. Wir sind in der Haut von Franklin. Wir kriegen ein Achievement. Und ja, schauen wie es weitergeht. Aber in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Euer Alain Vielen Dank.